Hallo und Herzlich Willkommen zurück zu Katz ergänzt meine TE. Heute mit Misa, Grissel, Teenie, 2 Random Bots und mir. Moin. Moin. Die 30er Jahre werden oft als goldenes Zeitalter von PumPumPunkt eingesehen. Okay. It's a mean, Mario. Oh Gott, das ist alles so schlimm. Okay. Die 30er Jahre werden oft als goldenes Zeitalter von Arsch und Titten angesehen. Okay, was wird denn noch in den Zeitalter hoch angesehen oder? Ja, so ähnlich. Saugstarke Taschentücher für einsame Arme, ne? Okay. Okay. Ja, und Shigeru Miyamoto. Ja. Super. Und erst einmal ein geschmeidiges Sieg Heil in die Runde. Ja. Okay. Das wohl eher nicht wichsen, bis man erblindet. Das ist mit den Taschentüchern zusammen. Ja. Und Arsch und Titten. Ja. Eine einsame Ehefrau mit einer sexuellen Beziehung zu ihrem Thermomix angesehen. Das ist alles zusammen. Hm. Ah, ja. Ich hoffe, dieser Scheiß-Solando-Bot hat wieder nicht einen Punkt oder was, ey. Wir werden gleich sehen. Aber jetzt sind wir zu viert gegen zwei, also. Ja. Super. Oh. Die lustigste Karte gewinnt. Ja. Äh, ja. Ähm. Ich weiß nicht, was ich nehmen soll. Hm, 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 hm. Hier. Das kann, denke ich, weg. Nur mit das. Super. Hm. Na, ja, 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 ja. Spann, meine瑕f. Ja. Ja. Ja, ja. Ja, ja, ja. Raus was zur Tapete. die lustige karte gewinnt und zwar glänzende penis ja merkel mit einem steckt eine riesen schlange in meine kammer des schreckens eine thermolukuläre explosion sehr lustig der totes sprung von der teppichkante das ist mein bruder und sie war 14 wir waren wir waren alle sieben nein wir waren sieben männer aber es passt auch zusammen wir waren sieben it's me mario ja alter chini man das war eine vorgegebene karte okay aber das wird jetzt meine joker karte immer okay eine stunde lang punkt ist die neue bestrafung für den netz platzierten bei mario kart das ja eine stunde lang demonstranten dumm und behindert kloppen ist die neue bestrafung für den letztplatzierten bei mario kart also doch keine bestrafung eine stunde lang heidenspaß im kloster ist die neue bestrafung für den letztplatzierten das als bestrafung ansehen kann man hätte nehmen können hodenschmerzen ist die neue bestrafung gut eine stunde lang die bibel ist die neue bestrafung für den letztplatzierten bei mario kart das verstehe ich also ist das jetzt eine ist es die bibel lesen oder die bibel nachspielen ist doch scheißegal die bibel ist dabei steht ja nicht da steht ja nur die bibel die bibel als höhe als höhe lesen kann sie auch eine stunde lang am kopf knallen das ist auch gut eine stunde lang sich ein feuerzeug an den arsch halten weil man einen furz erwartet aber stattdessen anfängt durchfall zu bekommen ist die neue bestrafung des letztplatzierten bei mario kart eine stunde lang afrikanische kinder ist die neue bestrafung für den das passiert bei mario kart eine stunde lang dem chefchen eine selbst gebastelte rohrbombe in den schreibtisch legen ist die neue bestrafung für den letztplatzierten bei mario kart das ist denke ich auch keine bestrafung für die meisten ne das ist sogar das gute positive da sind zwei positive sachen bei nee mehr sogar das ist aber gemein achso ich bin sogar dran das beste was man mit seinen kindern machen kann ist definitiv aber das passt so gut es tut mir leid hast du schon wieder was mit kindern das ist die frage mit kindern ich muss so lachen wenn ihr meine karte leset das ist so geil so ihr beiden los 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 nicht dass wir gleich wieder 40 minuten haben das beste was man mit kindern machen kann ist definitiv rasierklänge zum spielen geben bis die gedärme rausschießen das ist nicht meine sonst hätte ich gelacht okay das beste was nein das macht man nicht das zu gemein das beste was man noch mit kindern machen kann ist definitiv ficken ich wollte es nicht mal aussprechen ich wollte eigentlich sagen das beste was krisseln und das kann nur schlimmer enden ich benutze keinen namen in dem fall machen wir weiter hier außerdem ist das beste was man mit kindern machen kann definitiv eine romantische romantische beziehung zwischen zwei lesben und ihrem lieblingsesel ok 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 dazu gibt es auch noch das beste was man mit kindern machen kann es definitiv gestalten weiter und zu guter letzt ist ist das beste was man mit kindern im leben machen kann mit der brachpfanne verprügeln da hast du mal ey mieses ne meine armen kinder ich weiß nicht was ihr meint ich weiß nicht was ich nehmen soll es ist alles so gut naja außer zwei aber es ist so vieles so gut am mann hätte ich das nicht gewählt hätte ich sowieso nicht geboren mein armer poseidons kurs alter ok der pornhop award für den besten pornostar geht dieses jahr an oder keine karte bekommen so die können auch okay ja ok muss man gerade muss sein grab schaufeln also der beste pornostar dieses jahr ist und der beste pornostar geht dieses jahr an pädophil oder wie ich sie nennen würde betatester und der beste pornostar geht dieses jahr an christian lindner ja ja sehr gut und der beste pornostar dieses jahr tobi der aus seiner schlappigen kondome herstellt oh nein und der pornohup der beste pornohup award für den besten pornostar geht dieses jahr an das anstand eines glückspilchis ok würde ich mitmachen gar keine zweifel ja aber es ist leider ja es ist leider das geworden weil es bösartig ist mhm 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 soll denn okay die ironie ist dass in ihr ich denke mal dass sie ist oder das in ihren büchern erst die ganze zeit um david hasselhoff der die mauer allein mit der kraft seiner musik wieder gerissen hat kann ich auch alles klar okay und es ging die ganze zeit wirklich um babys entführen um aus ihren anti aging mittel herzustellen dieser weg wird kein leichter sein und es geht wirklich um durch die nase ziehen der wird immer spitzer aha schatz was sagst du immer in deiner flasche viagra es geht in den büchern die ganze zeit um oma liebe ich lache wenn es ein bot war und es geht die ganze zeit um das kitzeln von pierre vogels bart an meinem arschloch und zu guter letzt ging es wirklich um weißt du mit afros ach so ja aber dass man auch mit hamburgern presse sehen kann ich wusste dass oma liebe von ihr da kommt ja es ist die liebe punkt ist noch schlimmer als berufung oder sogar punkt das ist gerade voll scheiße das hier das hier ich muss jetzt machen so ich glaube das könnte sein meinst du ja ja okay los geht's klaus bar klaus barbie puppe ist noch schlimmer als zivile opfer oder sogar heffleger ledger ausbuddeln und mit seinem ledger ach ja stimmt heffleger ausbuddeln und mit seinem penis spielen der ist doch längst nicht mehr da eine kirche ja ne ich mein der penis ist doch längst nicht mehr da weich nicht warst du schon da oder was hast du schon ausgebuddelt oder was ist das jetzt ein dildo ist das jetzt okay aber der ist schon einige jahre tot eine kerze warte eine kerze die wie gwyneth paltrose muschi riecht ist noch schlimmer als kuckuckzigaretten kuckuckkinderzigaretten ja oder sogar eine atomrakete in penis form damit du deinen fein thermonuklear ficken kannst die kerze ist schlimmer ficken das ist es eine kuh mit rinderfleisch füttern um aus ihr später einen super steak zu machen ist noch schlimmer als vom mundwasser betrunken werden oder sogar meine antidepressiva ich weiß jetzt nicht ist alles nicht so gut ähm little mags luftangriffe ist noch schlimmer als fidel castro oder sogar ein familienspielerabend im saarland der sich umplötzlich in einem incest orgel verwandelt der fikt den ich gebe ist noch schlimmer als den hinteren versucht bekommen von palutener oder sogar einen golfball durch einen gartenschlauch saugen können gefühle ist noch schlimmer als fingern oder so sogar sexuell attraktive tiere was ich ich glaube das war das nicht ich war das nicht das war ich nicht ne ehrlich nicht oh man ey das sind so viele geile sachen ey das war glaube ich am schlimmsten ja das ist ja ein robo-bot mit mit möchten Vielen Dank.